Ab jetzt! Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bytes, gleich bei Kabel 1. Schaust du dir einen Film an? Nee, ich schaue mir das wahnsinnig interessante und wunderschöne Gehäuse des Fernsehers an. Du bist aber leicht zu unterhalten. Natürlich schaue ich mir einen Film an. Und jetzt sei bitte still, weil sonst verstehe ich nichts. Ah, Paris, da würde ich auch so gerne mal hinfahren. Fahr doch, vielleicht erst gleich, dann habe ich endlich meine Ruhe. Ja, aber ich habe kein Flugticket und morgen ist ja Schule und dann weiß ich nicht... Nina, bitte, lass mich bitte den Film sehen. Ich will nicht mal das Summen einer Fliege hören. Nina, Nina! Psst, mach nicht so einen Krach. Dein Bruder schaut einen Film an. So. Das glaube ich nicht. Bist du sicher? Ja, aber ich... Ist das verrückt, wenn Tom das rausfindet? Was soll ich rausfinden? Komm schon, erzählt! Psst, du schaust dir den Film ein. Mach nicht so einen Krach. Bist du ruhig, Schätzchen? Hast du heute einen entspannten Schultag? Ja, ich hatte nur einen Grammatiktest. Nichts Besonderes. Hm, gar nicht aufgeregt. Ich habe gelernt. Das ist gut. Ich habe auch immer viel für meine Grammatiktests gelernt, aber es ist ein schwieriges Fach. Ich sag's dir, da tauchen Sachen auf, die kann man dann einfach nicht. Wie meinst du das? Ich habe wirklich viel gelernt. Ja, ja, ist gut so. Obwohl, wenn du zu viel gelernt hast... Buss, geht alles daneben. Mama, kannst du bitte aufhören? Hätte ich bloß mal besser den Bus genommen. Hör dich mal an, hätte ich bloß mal besser den Bus genommen. Spricht so eine Grammatik, Königin? Ja, das war umgangssprachlich, ich weiß. Richtig heißt es, ich hätte wohl besser den Bus nehmen gesollt. Genommen, getut. Und hätten gehabt... Ah, Mama, jetzt bin ich völlig durcheinander. Ich weiß gar nichts mehr. Ich war doch so gut vorbereitet. Ganz ruhig, Schätzchen. Es ist doch nur ein Grammatiktest. Nichts Besonderes. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Hast du doch eben selbst gesagt. Recht, Jasper, Mama. Ich das Kind schon schaukeln werde. Irgendwie... Ein klein bisschen kann schief gehen. Susa, sehen wir an. Hier im Kino ist er noch süßer als sonst. Das ist der perfekte Moment. Perfekt für was? Für unseren ersten Kuss. Du willst den Schauspieler küssen? Aber sieh doch mal, wie groß er ist. Meinst du, du schaffst das? Nicht ihn, ich will Finn küssen. Oh, zum Glück, ich dachte schon, deine Lippen auf den des Schauspielers hätte dich einfach verschluckt. Susa, jetzt versteh doch. Finn und ich, nah beieinander, hier im Dunkeln. Das ist der perfekte Ort. Nina, du hast recht, das ist eine einmalige Chance. Aber du musst dir erst deine Lippen aufhärten. Du hast recht. Jetzt oder nie? Ah, jetzt verstehe ich. Du möchtest von meinen Knoblauchchips, stimmt's? Oh, fast. Und, wie war's? Meine Lippen waren noch nicht warm genug. 56, 57, 58, 59, 60. Wow! Ich bin nicht von dieser Welt, du alter Teufel. Du bist auch nicht gerade hübsch. Ey, Jungs, schaut mal, was ich kann. Wirklich nicht von dieser Welt. Tom, ist sogar noch besser. Applaus für Tom. Vielen Dank. Ey, Jungs, es ist wirklich nicht so, wie es aussieht. Hey, Mann, es handelt sich doch echt nur um ein harmloser Stück doppelseitiges Klebeband. Mann, hallo. Ah, wie schön. Meine zwei Kinder haben gemeinsam Spaß. Papa, ich bin auch da. Oh, Entschuldigung, Molly, ich hab dich nicht gesehen. Aber mit zwei war ich schon verdammt nah dran. Warum schalten, Kinder? Die Nachrichten fangen gleich an. Aber, aber, aber... Der Film ist noch nicht zu Ende. Bitte nur noch fünf Minuten. Also gut, die Mehrheit hat gewonnen. Wieso die Mehrheit? Es steht zwei gegen zwei. Papa. Äh, Entschuldigung, ja, es steht natürlich drei gegen zwei. Dann schauen wir halt den Film zu Ende. Ach, schau mal, Paris. Erinnerst du dich an unsere Hochzeitsreise, Schätzchen? Ja. Oh, mein Kuschelbärchen. Ich vergesse nie unsere Traumreise nach Paris. Oh, mein Kitzelkätzchen. Gutschi, 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 Gutschi. Okay, das war's. Meine Ohren haben genug gehört. Und meine Augen genug gesehen. Und ich wünschte, ich wäre taub und blind. Gutschi, Gutschi, Gutschi. Nachrichten. Haltet euch gut fest. Alles klar, Kitz? Und erlebt neue Abenteuer mit Käpt'n Balou und seiner tollkühnen Crew. Gleich bei...